Hey Internet und YouTube, ich seh mir gerade seit ein paar Stunden die Quests an und ich mich nicht entscheiden kann. Das Problem ist, also ich hab kein Problem, aber manche wollen ja, dass ich die Hauptquest mache, das hat aber psychologische Gründe, warum ich die Hauptquest jetzt nicht weitermache. Das ist wie bei Fallout, das hat sowas Erledigtes und dann ist, der Drive ist weg. Auch wenn du danach trotzdem hier rumgehen kannst und so weiter, das ist ein psychologischer Trick, den ich mir nicht antun will. Okay. Und ich muss hier ein bisschen was abarbeiten. Das ist die Frage, was? Diebesgilde einfach machen? Schnebel, Schnebel, Schnebelzahntiger. Genau, der Schnebelzahntiger. Zeremonien machen? Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Hätte ich halt eins nach dem anderen getan, oder? Jetzt haben wir die Probleme. Ich hab die Probleme. Mach ich jetzt... Ja, ich mach nochmal schnell... ...das hier, oder? Oder soll ich das scheiß Ding aufrüsten? Du. Warte. Scheiß drauf, ich rüste jetzt. Egal. Ich geb mein Geld aus. Mein Gold. Mein ganzes Gold. Weg damit. Shut up, Cicero. Shut up. Ich motz jetzt die Dinger auf, ist ja egal. Ist ja Wurst. Ich muss hier hinten. Wieder alles zurück. Es tut mir leid. Das ist falsch. Sorry. Ah. Da, 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 da. Wollt ihr ein besserer Schütze werden? Ich hab's... Ja. Oh Gott, ich hab's nicht ausgewählt. Fuck. Fuck you. Bruchstücke der Vergangenen, wollen wir sein Duster. Links gehen, Gefahr sehen. Ist das also wahr, dass Räuber... ...schuldigen Sie sich? Alright. Oh, ich hab's wieder eine Part mit einer Stunde, um die ganzen Sachen zu verkaufen, wenn ich Gold brauche. Hallo. Keine... Du. Habt ihr Probleme? Wohin geht's? Ähm... Zuflucht. Sag mir, was ihr benötigt. Und ich lasse meine Leute an die Arbeit gehen. Ich wähl ne Luxus-Suite. Ein Luxus-Schlafzimmer, das eines Königs würdig wäre? Kein Problem. Ihr bekommt ein schönes, großes Bett, einen hübsch eingerichteten Raum und vielleicht noch etwas zusätzliche Dekoration dazu. Gut. Also, was kann ich... Zuflucht. Bleibt an meiner Seite. Was? Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Ähm... Zuflucht. Wenn ihr Geld für die Früchte eure... Nein. Außerdem solltet ihr etwas Zeit im Trainingsraum zubringen. Also gut. Wie lauten eure Wünsche? Ne, Folterkammer. Ah, ja. So kenne und liebe ich die dunkle Bruderschaft. Ähm... Fürs Geschäft oder zum Vergnügen? Ja. Aber ist ja auch egal, oder? Ich werde mich darum kümmern. Gut. 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 Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Ah, da seid ihr ja wieder. Zuflucht. Also gut. Wie lauten eure Wünsche? Oh, ne Giftmische Werkstatt. Die sind schon praktisch, oder? Absolut. Ein Arbeitsplatz für Alchemie-Experimente. Vielleicht ein kleiner Garten mit ausgesuchten Pflanzen. Mhm. Schön. Ist so gut wie erledigt. Gut, gut, gut. Es ist eine Sache zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines... So, ich bin pleite. Na, 4000 hab ich noch. ...hebelst besitzt. Also, was kann ich heute für... Was, ich brauch noch etwas? Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Okay. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, dass euer Zuhause jetzt wohnlich ist und... Gut. Viel Erfolg mit euren... ...Mordsgeschäften. Haha. Okay. Ja, Gott sei Dank. Abgeschlossen. Gut. Wollen wir uns ab... Gut, 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 gut. Haben wir das erledigt. Alles schön gemacht hier. Ähm... Das dauert länger. Das könnte... Was weiß ich. Zeremonienwaffen. Ich weiß nicht mehr. Die Klinge. Hauptquest. Dum, 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 dum. Sie zerrutschern mich nicht so... Ah, tsch. Magierlicht ist mir scheißegal. Okay. Ähm... Komma, Jäger. Schnell den... Schnäbel... Schäbel... Schäbel... Wurscht, das Vieh töten. Ich muss das jetzt wissen. Hier läuft gar nichts aus. Diese... Probleme gehen mich nichts an. So. Raus hier. Raus hier. Ah. Hallo? Garte. Riftung. Dann, 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 dann. Machen wir es nicht mit... Ähm... Töte Schnee... Schneebel... Ich kann es nicht aussprechen. Schneebelzahntiger. Oh mein Gott. Okay. Einsamkeit. Hat man mich noch lieb in Einsamkeit? Oder... Ich bin noch... Hab doch die Strafe... Ne, das war nachher... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wann wird mich jagen? Ja, der... Leutig... Wehrwolf. Ah, ich hab mir wirklich die Schulter... Au... ...gerissen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ich weiß. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Zieht so, Robas. Äh, ich ergebe mich. Bringt mich ins Gefängnis. Eine kleine Streckung im Kerker von Schloss Elend wird euren Kopf gerade rücken. Ah, macht Spaß. Meine Güte. Äh, ja. Hat man mir alles abgenommen, oder? Drecksäcke. Ich, äh... Hab nichts mehr. Hahaha. Hahaha. Okay, wie lang... Ne, ich muss mich hinlenken, oder? Schlafen. Ja. Zehn Jahre später. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. All right. Habt ihr schon das Neueste gehört? Der Kaiser soll ermordet worden sein. Ah, habt ihr alles. Gott. Gott, 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 Gott. 4.000 mit Gold hab ich auch noch. Gott. Alles da, wunderbar. Der Kaiser wurde ermordet. Keine Ahnung. Tatsächlich? Ich dachte, dafür wäre ich... Okay. Habt... Keine Ahnung. Die Cousine des Kaisers wurde ermordet. Was weiß ich? Adwoa. Schneebelzahntiger. Wow. Halleluja. Woa, 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 woa. Woa. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Hallo? Meine Tasten funktionieren nicht. Sieht so. Oh, shit. Was ist denn jetzt? What is this? What? Was war das? Leck. Warum hab ich nur den Dolch gehabt? Oh, Jesus. Okay. Wie auch immer. Gibt's hier noch mehr Belohnungen? Spesen? Ich sag einfach, der Säbelzahntiger war's. Na ja, mit fünf Gold kommen wir... Cicero. Der Säbelzahntiger hat das Gold gefressen. Einsamkeit. Der einsame Cicero kann ein paar Dinge über die Einsamkeit. Erzählen. Meinst du? Gut. Okay, hätten wir das auch erledigt. Zurück zu... ...meiner Frau. Geretsu. Machen wir doch. Ja. Geht ruck zuck, YouTube. Ruck zuck. Mal sehen, wie lange ich weg war. Vielleicht hat der Laden ja ein paar tausende abgeworfen inzwischen. Die müssen weg. Honigheim. Hat schon was. Erotisch ist der Name. Gut, es ist... Honig ist was zum Essen. Okay. Neuneinhalb Wochen zieht sie raus. Okay, du. Säbelzahntiger ist tot. Tot. Der Eigentümer dieses Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. Gut, gut. 300 ist ja okay. Nicht nach Arbeit. Und... Geld? Ja. Hier ist eure Hälfte, mein Schatz. Wie viel? 200. Na ja. Okay. Gut. Danke. Und... Tschüss. Ich werde hier sein, meine Herren. I know. Was habe ich hier drinnen? Den Großeisen, den Topf. Blablabla. Was habe ich hier drinnen? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Weg damit. Weg damit. Ich kriege das Wegplatz. Weg damit. Wozu habe ich den? Weg damit. Ich habe ja... Äh, ich habe doch... Okay, hab ich. Ach, die Diebessachen. Okay, dann... Wow. Das war für Lydia, oder? Hängen wir das... Ähm. Okay. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Äh, E. Und E. 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 Nein, nochmal E. Oh, nein. Oh, Gott. Okay. Gut, passt überhaupt nicht hierher. Überhaupt nicht. Was mach ich mit den ganzen Schattendingen hier? Sollte ich vielleicht anziehen, wenn ich... ...das mache, richtig. Alles schleichen. Was war mit der Diebesgille? Ne, Preise baue ich nicht da. Schloss knacken. Was habe ich zum Saufen? Jede Menge. Das hat schon 10 Kilo. Okay, diese ganzen Magie-Dinger. Weg damit. Benutze ich nicht. Oh, Gott. Okay. What the noon. What the noon. Thorald aus der Gefangenschaft der Talma. Das... ...steht mir schon seit Part 3 oder so, glaube ich. Einsamkeit. Das gebe Schätze. Das gibt Schätze, meine Freunde. Da steht das... Äh, nein. Oh, Mann. Das ist nochmal aus der Welt. Hier komme ich am geschicktesten. Okay. Oh, schöner Fehler. Wieder mal. Okay. Wir löschen das Feuer. Teilen uns die Beute mit dem Typen. Genau. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. YouTube macht's gut. Tschüss.